Ähm, die Bete aus, dann machen wir nochmal so eine Runde und jetzt geht's los. Dann machen wir so. Aber Kasu hat ja auch, ähm, einen schönen Legend und von daher geht das ja sehr gut. Ach, nur 15, schade, na ja, egal. So, dododododododododododododododo. Boni Ja, ich möchte eigentlich auch noch gerne ein bisschen Anders gehen, ich möchte eigentlich gerne Con Ja, Con ist ganz geil eigentlich mit Grit Gäste würde ich glaube ich wegnehmen Und dafür aber, ich würde eigentlich gerne Int plus 100 haben, das wäre So eigentlich das optimalste Habe ich damals ein bisschen versäumt Das so zu machen, aber ist egal Das passt schon So 17 Stück von 30 Ja, ein paar Mal müssen wir das noch machen Ich hätte, könnte natürlich auch mal Das ganze aufnehmen, ne Und dann als eine Zeitraffer machen Aber das ist halt noch ein bisschen problematisch Mit Fraps, weil Ja, das Das sind so große Mengen Oh, stell dir mal vor Alles, ich würde alles in einem Rutsch machen Ich hätte damit zwei Wochen Urlaub Oh oh Und würde wirklich Effektiv, effektiv Ähm Das Spiel aufnehmen Ne Also nur spielen und wie auch immer Verdammt, jetzt habe ich durch den einen Ein paar Vergessen Aber das macht ja nichts Das ist schon in Ordnung So Und wir haben jetzt unglaubliche 90% Nein Oh schade 90% haben immer noch nicht Aber gut Was ich jetzt machen werde Ich werde einfach weiter aufnehmen Und dann werde ich Ähm Eine Zeitraffer draus machen Das werde ich machen Ich werde dann mal gucken Wegen Ton Wegen der Musik Muss ich mal gucken Was so lizenzfreie Musik ist Die ich halt benutzen könnte Ne Und dann Sehen wir mal Also ich würde sagen Wir sehen uns dann Ähm Wenn ich clever und empfizzen bin Kurz wieder Also Bis später Bis später Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020